ja moin und herzlich willkommen zu einem neuen map angeschaut die selendra einer fiktiven karte am balkan oder auf der balkan halbinsel vom oder fixi und max 141 mbm download und wir springen direkt mal rein wir haben ein mischt der gebäude aus polnisch französisch in der richtung inflationärer gebrauch von straßenlaternen also ich glaube das leuchtet hier nachts wie die belgische autobahn auch nicht mehr und es ist eine mikro karte also hier könnt ihr euch eventuell mit den ganz 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 alten geschichten austoben ihr braucht nicht viel mehr gucken uns die karte mal an ihr habt zwar relativ viele felder 32 stück aber die sind 0,3 0,3 oder schuldigung 0,03 hektar bis das größte ist glaube ich das hier mit 0,57 hektar also auch das alles deutlich 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 klein gerade wenn wir jetzt aus der luft mal guckt selbst der kleine drescher den wir haben ja der fährt dreimal drüber fertig das ist unser start hof ihr seht schon auch hier der alte bürger und ich glaube das kleinste was es bei den standardgeräten gibt max drei meter und hier 1 20er flug alten welger das ist auch der startfuhrpark ansonsten steht hier eine menge schrott rum das ist abgeranzt hier baut tatsächlich jemand in dieser in dieser gegend die verarbeitung ist soweit okay das bleibt jetzt nicht getestet weil die wege sind alle äußerst kurz steht da haben wir eben gestartet ihr könnt so ein bisschen was abreißen ihr seht unten rechts 813 slots wenn die fahrzeuge verkauft seid ihr bei 700 und es gibt ein paar höfe tatsächlich bei der größe bei hilfe den zählen wir hier mal als ersten dann haben wir drüben schweineweide nennen wir es mal den zweiten ruf auch mit unterstand dann muss ich mich kurz ein bisschen orientieren das werkstatt das ist der händler hier überall auch schön mit den mit den flicken texturen mischen sich aus diversen ls teilen also teilweise aus dem 15er was dabei teilweise 17 19 und auch 20er gebäude aber ja es wirkt schon irgendwo stimmig hier ist glaube ich der größte hof den es auf der karte gibt mit was bist du denn ein kuhstall schon mit kuhstall hier sind noch hühner mit dran und ja so wahnsinnig viel ist aber nicht zu sagen wenn ich komme hier das ist also für die wirklich kleinsten geräte kann man so den porsche und sowas ausfahren hier drüben ist auch noch mal ein hof mit schafen haben wir sie glaube ich auch alle landschaftlich ist das ganz okay wenn man auf so was steht hier unten hängt und was sind wir hier richtig ja hier hängt noch so ein rattenschwanz dran mit wasserfall ein bald stück hier ist die performance allerdings gewöhnungsbedürftig weiß auch nicht ob die da rein kommt mit gerät das könnte schwierig werden vielleicht was für das neue forst er doch wer weiß vielleicht kommt man damit eine seilwinde weiter aber es ist ein schlauch der hier noch als anhängsel zur map dran hängt dann haben wir hier den vierhändler und der alte fritz ist auch da ist der hirte glaube ich im dorf ja wirkt so ein bisschen tot hier ist auch noch ein kleiner ruf sehe ich gerade eingezäunt und so fahrzeug entladen wir dann gibt es den bauernmarkt denke dass es das hier ballenverkauf wir gucken das kleine mal von oben an hier ist der ballenverkauf das sägewerk nächster hof glaube das war es im grunde auch hier oben der hof mit schafen sägewerk haben wir gesehen vielmarkt damit das ist die spinnerei darunter dann haben wir hier bienstock den shop das ist das wo wir auch gestartet sind hier standen wir am anfang tankstelle sito produkte alles irgendwie recht individuell zusammengestellt und noch ein hof da war der vielmarkt aufträge gibt es auch alle durch fest da werdet ihr reich bei man achtet besonders auf die leihgebühren 13 euro naja klar hier 0,07 merkt er das ist da macht ihr den misstreuer ist steuer im dünner streue halt einmal an und dann fertig ihr müsst euch mit der karte fünf mods runterladen unter anderem bernies bayerisches hof set da sind die unterstände zum beispiel draus wenn ich mich nicht irre ja ich glaube sonst den schweinestall ist der schweinestall ist dabei glaube ich fünf stück bei das hof pack schon mit kuhstall schweine gehöft schafen nichts bei den jüngern ist das bayerische also kleinigkeiten mal beim malen rein ob hier irgendwas was ist noch relativ da massakrieren einfach mal das feld groß kann man nicht zu groß geht über den feldrand raus ihr könnt theoretisch den mehr bahn kaufen für 0 euro könnte theoretisch noch die berge ein bisschen blenden mit viel geld das fall ist auch eine andere textur fels ist klar das glaube ich normal ist man an der dreck waldboden gras noch mal gras steinchen helleres gras schotter schotter mit gras schotter hell schotter mit mehr steinchen und hell schotter mit mehr gras schotter mit noch mehr gras noch mal schotter sie dem nasen größere steine drin dunkler schotter noch mal schotter und noch mal schotter also für die größe der karte ist das eine sehr sehr große palette ja fällt mir noch was zu ein ich glaube nicht die selendra also wirklich für die alle 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 kleinsten geräte die irgendwo finden könnt vielleicht macht ihr was draus viel spaß macht's gut ciao ciao Vielen Dank.